so los geht's wir fangen wir an gucken wir uns jetzt mal an was hier so an luftwaffe noch rumgeiert um drei sehr schön okay so fast so die autorität schon mal weg okay auf die infanterie für hier all das schwer dass der zähler hinten komm schon ja und ja Scheiße! ok ja ob er das mal hier ist okay die infanterie ja das war ein voller erfolg ok aufklärer wir bombardieren das wir haben da oben genug infanterie das kriegen die hin flack hier einmal hin panzer ja die sind zehn die sind zehn artillerie hierhin die flack bleibt hier panzer abwehr hier lang ja wir haben hier eine 88 wir rücken erst mal vor und gucken was da ist und die und die müssen hier weg und käme so klammer gucken lieber das machen ich würde gerne den da ist noch wegkriegen ganz ehrlich aber na es wird nichts das wird leider nichts aber wir können den hier weg holen ja dann holen wir den hier weg so und jetzt müssen wir den da erstmal rausholen so jetzt haben wir den hier noch also du würdest hierhin kommt du würdest auch hierhin kommen würdest du ja machen wir das so und so das könnte effektiver werden 0 3 ja da oben habe ich auch noch infanterie das heißt die kommt da auch noch ran ja kriegen wir hin jetzt hier jetzt sicher war es geht schon so sturm geschütz ja wir könnten es aber auch so machen können wir uns den ganzen stress hier ersparen da ist nichts drin ich jetzt wirklich dann da hätte ich gehe natürlich dann den weg hinein wo es am beschissensten ist das ist eine klasse so dann würde ich sagen wollen wir erstmal aufklärung und zwar aufklärung hier das ist eigentlich auch nicht mehr viel dann gehen wir hier mit der luftwaffe runter erledigen den so und die stücke ja sie kommt hierhin und die erledigt ihn der bomber hier drauf dann haben wir dich noch und hier drauf so 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 okay das darf ich gut so da haben wir noch eine flachsig die truppen hier moment muss man mal gucken weil wir wollen kriegen wir den hier durch bei dem da weg haben kriegen wir das hin ja ja dann mal los 13 so ja na komm hierhin da war jetzt nicht der erfolg wo ich gehofft hatte aber naja ok so dann kannst du hier drauf hier rein so hierhin bist du innenstadt was muss ich gucken ja das kann keine innenstadt sein dass da okay so artillerie okay ja das ne ne ich muss gucken dass ich ähm ähm Das war's für heute. Ich weiß halt nicht, ob der dann hier Feuerschutz gewinnt, wenn er den angreift, das ist halt echt saugefährlich. Moment mal, aber ich müsste da reinkommen jetzt, ne? Drei... Moment, machen wir das mal? Dann machen wir hier mal folgendes. Und man ziert diesen Bonus. Und da scheint wirklich nichts drin zu sein. Okay. So, die Stuka. Hier drauf. Der Jäger hier drauf. So, in der nächsten Runde dann hier der Vormarsch. Da oben hängt's halt jetzt noch, ne? Ja. Okay, hier. Oh, fantastisch. Sehr schön. So. So. Aptillerie. Hei, 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 hei. So. Na, hier ist auch nichts. Also, wir können sagen, dass hier nichts mehr ist. Wunderbar. So, Infanterie hierhin. so flack bleiben hier kommt mehr nach hier so du noch hier so da unten haben wir wirklich jetzt im flagschirm und das sollte doch jetzt hoffentlich hier reichen die bombe sind plötzlich nicht mehr da okay vielleicht war es das denn jetzt doch aber gut warten wir mal ab das war so ganz traurig der sache dann noch nicht so ganz okay aufklärer kriegt man auch nichts hin aber es sieht echt so aus als wenn wir jetzt wirklich so langsam hat nicht nur die luft wird wirklich mehr als nur haben ist da was drin ja da ist was drin das war jetzt echt gerade schwer zu erkennen das bringt nichts bringt auch noch nichts wir haben da die infanterie die werden das gleich regeln wahnsinn da kommt noch luft waffe ja okay dann werden wir jetzt folgendes tun das ist das ist ja ihre du denkst du das wäre schon rum das geht da weiter und weiter flugzeuge ihr seid hier oben ja dann schicken wir jetzt hier noch mal einen runter ja dass du dann auch ruhe herrscht und da oben der gleiche wahnsinn also die jäger kann man eigentlich komplett da hoch schicken wirklich alle das machen wir jetzt auch dass wir die jäger jetzt wirklich alle hier hinschicken ja sie schicken wir jetzt wirklich alle da hoch guck dir das an was da oben abgeht und das machen wir jetzt noch in der runde ist da will ich jetzt der spawnt die dörren das ist halt echt ätzend das machen wir nachher ja dann würde ich sagen dass wir dann hier die flug auch hier hinschicken also hier spawnt nix die luftwaffe spawnt komplett hier unten also wenn man da unten jetzt wirklich im kompletten flugschirm dann aufbauen zack zack dass da wirklich dann nichts mehr durchkommt mit allem was dazu gehört also das ist ja ne Moment das kann man eigentlich hier so lassen weil er hier auch immer kommt und hier ja so das heißt die bomber brauche ich eigentlich nur noch oben ein zwei wenn wir hier noch lassen für aufzuklären vielleicht oder so ja aber ihn hier kann man eigentlich auch abziehen und er kann auch dann für hier für ruhe sorgen ähm sag jetzt nicht dass ich jetzt hier keinen flugplatz dass der jetzt auch keinen flugplatz hat noch der nächste wo mir abschmelde ich kotze ab oder was gucken wir mal wohin geht ja ja ich achte ein bisschen zu wenig auf meine augsjäger muss ich feststellen aber das ist egal das macht den Hafen nicht dick dann stürzt er halt ab was soll's man könnte ja eigentlich jetzt hier noch ein paar angriffe führen würde ich fast sagen oder er kann hier ein bisschen aufklären das kann man eigentlich so machen genau aber man sieht keine flugs mehr wie es aussieht das heißt da kann man die bombe hier frei fliegen lassen und die jäger dass die jetzt da unten diese luftwaffe das ist ja wahnsinn was da unten abgeht wir sehen uns beim nächsten mal wieder und dann geht's weiter ja ähm jetzt spawnt er mir da ähm links und rechts luftwaffe ja das muss ich jetzt erstmal in den Griff kriegen bis dann und ciao